Für einen schönen Hals habe ich euch in meinem letzten Reel eine Massage gezeigt, die auch der Schilddrüse zugute kommt. Manche haben sich nicht getraut, deswegen heute Ersatz. Kinn nach vorne, Gesicht zur Seite, Kopf in den Nacken legen und schön die Spannung auf der Seite spüren. Das ist eine sehr gute Dehnübung, die ein guter Ersatz ist für die Massage. Die Schulter bitte schön nach unten, nicht nach oben ziehen. 30 Sekunden halten. Wir versuchen hier zu vermeiden, dass sich die Muskulatur so verkürzt, dass sich Querfalten am Hals bilden. Also mit dieser Dehnübung kannst du die Massage sehr gut ersetzen. Für mehr Tipps abonniere meinen Kanal.